Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein Eine-Woche-am-Arm-Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeit-Fazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei Watchmax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Langzeit-Fazit ist heute das Thema. Und es ist das letzte Langzeit-Fazit meiner in 2021 gekauften Uhren. Es geht um die Larko Edition 96. Diese Uhr habe ich im Dezember 2021 gekauft. Ihr wisst, Larko hat einen Countdown mit Spezial- und limitierten Editionen zu einem Firmenjubiläum hin. Und diese Uhr ist ein Teil davon. Es handelt sich hierbei um eine Sonderedition aus der Sportserie mit dem Skorpion auf der Rückseite. Das ist noch die Variante in 42 mm. Mittlerweile gibt es diese Serie, nicht diese spezielle Uhr, aber diese Serie auch in 39 mm. Auch nach einem Jahr, muss ich sagen, mir gefällt das Design der Uhr richtig gut. Gut, ich mag das monochrome Design, ich mag die weiß-grauen Zeiger, ich mag die weißen EZs, das schwarze Blatt, das schwarze Gehäuse, insbesondere auch die schwarze Rückseite. Nachts ist der graue Teil der Uhr, also auch der Minutenzeiger, bedingt gut ablesbar. Es reicht für die ganze Nacht, aber man muss sich ein kleines bisschen konzentrieren. Tagsüber absolut null Problem. Die Lunette ist etwas scharfkantig, aber das kannte ich auch von anderen Modellen. Insgesamt eine Uhr, die mir genauso gut gefällt wie zum Zeitpunkt des Kaufes, die aber relativ selten an den Arm kommt. Gar nicht mal unbedingt, weil sie mir nicht gefällt. Vielleicht liegt es auch schlicht und ergreifend daran, dass sie in der falschen Box ist. Ich habe mehrere Boxen und manche stehen halt oben, manche unten, an manche komme ich schneller dran, an andere weniger und wenn ich mir eine Uhr raussuche und nicht genau weiß, welche ich anziehen möchte, mache ich halt die Boxen von oben nach unten auf und sie ist in der unteren. Vielleicht muss ich sie einfach mal umräumen und umgruppieren, um sie dann häufiger an den Arm zu tun. Verdient hätte sie es und es spricht überhaupt nichts dagegen. Sie steht auch nicht auf der Liste der Uhren, die ich verkaufen möchte, also das auf gar keinen Fall. Sie ist einfach eine Uhr, die bei mir persönlich ein bisschen unterm Radar fliegt, weil sie in meinen Uhrenboxen, in meiner Sammlung, in meinem Aufbewahrungschaos so ein kleines bisschen versteckt ist. Ich werde das fürs nächste Jahr mal ändern und mal sehen, wie häufig sie dann an den Arm kommt.